Hey, hier ist Christine. Willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte eine spontane Idee, was für ein Video ich machen kann und deswegen sitze ich jetzt auch hier. Und zwar dachte ich mir, schreibe ich mal 100 Prominente an, beziehungsweise einfach bekanntere Personen und mal gucken, ob mir davon irgendjemand antworten wird. Ich habe die Idee nicht erfunden. Ich habe die Idee einmal bei Julia von Xlater gesehen und bei einer amerikanischen YouTuberin. Die zwei Videos verlinke ich euch in der Infobox. Also ja, ich habe mir die Idee nicht ausgedacht. Aber ich dachte mir, ich mache das mal trotzdem, weil zum Beispiel Julia viel mehr Abonnenten hat als ich und ich zum Beispiel auch keinen blauen Haken auf Instagram habe. Und deswegen dachte ich mir, ist das ja nochmal eine andere Situation. Und wir könnten ja mal gucken, ob mir trotzdem irgendjemand antworten wird. Genau, deswegen habe ich hier auch mein Handy jetzt da. Ich werde euch alle, uh, mein Handy fallen lassen, alle Sachen hier einblenden. Und da ich die ganze Sache bei Xlater gesehen habe, dachte ich, schreiben wir ihr mal als erstes. Ja, und sie hat ja jetzt vor kurzem ein Video, glaube ich, gemacht, wo sie ihre Verlobung verkündigt hat. Deswegen gratulieren wir ihr mal einfach. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ein Herz und ein Ring. Und als nächstes habe ich hier die Pamela Reif. Ja, ihr folge ich auch. Und ich dachte mir, wir schreiben ihr mal. Hi Pamela. Pamlea. Hi. Das ist schwerer, als ich dachte. Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich schreiben soll. Lassen wir es mal bei Hi Pamela. Machen wir dann irgendein Smiley dazu? Ne, lassen wir einfach so. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, denkt ihr, dass mir irgendjemand antworten wird. Ihr könnt mir auch gerne schreiben oder eine Vermutung schreiben, wer mir antworten wird. Ich bin selber sehr gespannt. Ich weiß selber nicht. Ich glaube, also ich hoffe, dass mich wenigstens einer anschreibt. Beziehungsweise zurückschreibt. Sonst wäre das hier alles voll langweilig. Und da sind wir auch gerade auf meiner Instagram-Seite. Ihr könnt jetzt einmal gerne in die Infobox gucken. Dort findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account. Dort heiße ich ChristineXXE. Also könnt ihr mir dort gerne folgen. Genau. Und die nächste Person, die wir jetzt anschreiben werden, ist, würde ich sagen, einfach mal Shereen David. Fangen wir einfach mal sie an. Ich bin eigentlich gar nicht so unkreativ, aber es ist wirklich schwerer, als ich dachte, jetzt einfach mal ein paar Nachrichten zu schreiben. Weil, was soll man schreiben? Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß, es ist jetzt mega unnötig, aber schreiben wir einfach mal Nice Hair. Sehr, sehr, sehr kreativ. So, Lena Meyer-Landroth hätten wir auch noch. Was schreibt man denn einer Lena Meyer-Landroth? Do you need potatoes? Sorry. Einfach nur sorry. Hello? Ich werde heute übrigens nicht alle 100 prominente, bekannte Personen, was auch immer, anschreiben, weil nach einiger Zeit wird man, glaube ich, gesperrt. Deswegen würde ich das Video auch morgen weitermachen. Also, ich schreibe auch gerade so random Sachen, die ich einfach niemals irgendjemandem eigentlich schreiben würde. Aber da wir gerade schon bei Julian sind, können wir auch gleich mal Bibi schreiben. Leo, Leo, Leo. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Jumli's Next Topmodel gesehen? Ich habe nur mitbekommen, dass Simone Jumli's Next Topmodel 2019 geworden ist. Aber ich habe einfach gar nichts davon gesehen. Aber wir schreiben immer einfach nur herzlichen Glückwunsch. Mighty Cyrus. It's Hannah Montana. Where's Hannah Montana? Gucci. Gucci. What do you mean? Kennt ihr das Lied? Schreibt es in die Kommentare. You are beautiful. Jetzt fällt mir nichts mehr rein. Schenken wir einfach mal Zeit um. Wow. So, ich habe jetzt ein paar Leute mehr angeschrieben. Und wir sind an einem Zeitpunkt angelangt, an dem ich keine Nachrichten mehr schreiben kann. Und zwar wurden meine Handlungen blockiert. Auf jeden Fall habe ich jetzt Unmengen an Leuten angeschrieben. So, es ist der nächste Tag. Und ich würde sagen, wir schreiben jetzt mal noch ein paar Leute an, weil ich davon ja noch nicht genug habe. Ich glaube, ich habe jetzt so etwa 35 Leute angeschrieben. Ja, ob jemand geantwortet hat, werde ich euch erst am Ende des Videos sagen. Damit die Spannung natürlich steigt. Es wird wieder schwer, weil ich weiß echt nicht, was ich schreiben soll. Ich meine, diese Nachricht sagt alles. Mir ist auch gefallen, dass wir Dagi noch gar nicht geschrieben haben. Das machen wir jetzt mal. Dann schreiben wir einfach mal ein Bienchen. Gibt es keine Biene? Ach da. Ich bin einfach blind. Okay, ich habe mein nächstes Opfer gefunden. Also es tut mir echt leid. Ich frage mich, was die wohl denken, wenn die auf einmal so eine gestörte Nachricht von mir lesen. Schreiben wir mal Sarah Lombardi an. Warum nicht? Let's go. Schreiben wir Kiso an. Ich habe gehört, sie ist schwanger geworden. Glückwunsch, Glückwunsch, so. Schwangerschaft. Den lieben Con Crafter nehmen wir auch mal. Ja, das war es auch schon wieder. Okay, Leon Machère nehmen wir auch mal. It's a prank. Ich schreibe einfach gerade nur das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Warst du wählen? Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe erst 45 Leute angeschrieben. Also nicht mal die Hälfte. Versuchen wir alles mal auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar, hi, kannst du mir antworten? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, denkt ihr, es wird klappen? Wird er mir antworten? Okay, es wird langsam echt, echt schwer. Ich weiß echt nicht mehr, wen ich anschreiben soll. Und zwar haben wir Sonny Loops noch gar nicht angeschrieben. Und da sie immer so Storys macht, wo ihre ganzen Babyhaare drin sind, werde ich ihr jetzt mal meine zeigen. Oh Gott. Schicke ich einfach mal ein Foto von meinen Babyhaaren. Okay, ich habe gerade die Kamera ausgemacht und wollte schon die nächste Person anschreiben. Und ich wurde blockiert. Ich kann ja erst mal wieder keine Person mehr anschreiben. Ich werde nochmal kurz gucken, wie viele es waren. Aber ich glaube, das sind jetzt so 70 Leute. Das ist echt krass viel. Bei meinen Instagram-Diams öffnet sich das Ganze erst mal so aus. Ja gut, warum nicht? Aber wir können auch mal eine Person anschreiben, beziehungsweise anschreiben. Schreiben wir mal den lieben Echt so an. Ich bin dein größter. Ich kann mal echt nicht beschreiben, ich bin so flass. Du bist da. Ben, kannst du mir antworten? Bitte. Oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Ja. So, und das ist jetzt der nächste Tag schon wieder. Genau, ich zeige euch jetzt noch einmal hier schnell, wen ich jetzt alles angeschrieben habe. Und zwar habe ich gerade eben nochmal Bibis Beauty Palace in meine Story gemacht, weil ich halt so einen Bilou-Kasten gefunden habe in einem Mülleimer und habe sie dann einfach markiert. Bilou auch. Dann hatte ich hier einmal Lisa Marie Schiffner noch auf ihre Story geantwortet. Ich hatte Florian, Tina Neumann, Sonny Loops, Julia BeautyX, Kim Kardashian, Enisa, Ishta, Mrs. Vlog, Kelly, also Kelly, Mrs. Vlog, Simon Desue, Leon Machère habe ich angeschrieben mit It's a prank. Lisa Luca einfach nur mit LOL. Dann, ja, ganz viele Sarah Lombardi, Dagi Bee, ja, Julia, Paola, Lisa and Lena, einfach nur Twins. Emra, ich habe Katja angeschrieben mit Kann ich dich was fragen? Fragezeichen. Ich habe auch ein paar Komplimente vergeben, zum Beispiel Machen Wolf, du bist so hübsch, aber auch noch ganz viele andere. Ja, Gucci habe ich angeschrieben mit Gucci Gang, Gucci Gang. So, und es haben tatsächlich zwei geantwortet, aber ich hätte etwas anderes erwartet. Also einmal hat halt Trommelwirbel Max geantwortet. Wuhu! Max hat mega antwortet. Und zwar meinte er, ist dieser echt so nicht voll arrogant oder so, ey? Aber ja, stimmt, er ist voll arrogant. Okay, Leute, das war ein Spaß. Auf jeden Fall hat er mir einmal geantwortet. Und einmal hat mir Artus geantwortet. Und zwar habe ich auf seine Story einfach auch wieder mal eine Zeitung geantwortet. Und er meinte, eine Zeitung ist das, oder? Ja. Das war es eigentlich schon. Also von so krass bekannten Personen hat mir jetzt niemand geantwortet. Ja, das ist der Unterschied dazu, wenn man einen blauen Haken hat. Also es kann aber auch einfach daran liegen, dass ich einfach so unnötige Nachrichten geschrieben habe. Und zum Beispiel Bibi jetzt nicht auf sowas eingeht, sondern so Fragen, die ernsthaft gestellt sind, beantwortet. Also dass sie jetzt gar keine Kritik oder so, dass sie mir nicht geantwortet haben oder so. Ganz im Gegenteil, es war halt einfach nur mal so ein Experiment zu gucken. Ich habe ja teilweise ernsthafte Fragen gestellt. Also sowas wie, wie geht's dir? Aber da antwortet auch nicht jeder drauf, weil man antwortet halt eher so auf andere Fragen. Ich antworte zum Beispiel auch nicht jedem, weil das würde einfach viel zu viel Zeit brauchen, jedem zu antworten. Und manchmal sind auch da so unnötige Sachen dabei. Also es soll jetzt gar nicht schlimm sein. Aber das ist jetzt so mein Fazit gewesen. Ja, bis auf Max und Artus hat mir jetzt niemand geantwortet. Lass dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Übrigens wollte ich noch kurz sagen, es sind jetzt, ich glaube, so ziemlich genau 100 Leute plus minus 2, 3 Leute. Also entweder 98, 99, 100, 101 Leute. Ich habe nicht genau so gezählt. Und ja, auf jeden Fall haben wir mega viele Leute angeschrieben. Und es ist einfach so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mache, dass ich so viele Personen anschreibe, die halt etwas bekannter sind und dann auch noch so unnötig. Das ist teilweise ziemlich peinlich. Ja, schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr euch getraut, so viele Leute so komisch anzuschreiben. Ja, und dann würde ich sagen, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was ich euch so im ganzen Video gefragt habe. Also wen ihr zum Beispiel angeschrieben hättet, was hättet ihr gedacht, dass mir irgendjemand geantwortet hätte. Und so weiter und so fort. Und dann vergesst nicht auch noch, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wir sind bei 300.000 Abonnenten. Und ich weiß, dass ganz viele von euch, die dieses Video zum Beispiel gerade gucken, mich nicht abonniert haben. Also macht das unbedingt. Vielleicht shoppen wir ja demnächst dann die 300.000 Abonnenten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu hinterlassen, meinen Kanal zu abonnieren, in die Infobox zu gucken. Da findet ihr ein Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.